Musik Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary Ähm, ja wir sind hier Glyneas Äh, beim letzten Mal wollte ich was anderes probieren Ja genau, ich wollte mal wieder mit Mächtige Siegel spielen Ist einfach schön Was hat denn der da an? Standard Decade, ne? Ah, ok, ach so scheiße Na gut, ok, der wird wahrscheinlich erst anfangen Tja, dann müssen wir ihn wahrscheinlich irgendwie durchziehen Ach, wird auch schon klappen So, Empowered Seals ist drin Irgendwas Diesmal habe ich den Schild sogar drin Ehm, soll ich das drin lassen oder nicht? Ach, ich mach mal folgendes Ich glaube, wenn ich Procs hab und so noch Ach, und Damage Ach, dann werde ich einfach die ganze Zeit mal Divine Storms Divine Storm spammen Baaah, da muss man echt aufpassen So Kann jeder was zu fressen? Geh nicht erst mal Oh, was haben wir denn überhaupt als Mitspieler da? Hm, ja ok, das hält sich Die Begeisterung für die Mitspieler vom Equip hält sich in Grenzen Aber schon Mit dem Gegner Geht jetzt nicht viel besser Also nur auf die Zweiervlies aufpassen Genau, und den nehmen wir mal als Fokus Das ist der einzige Highlight den die haben Wir haben immerhin zwei Heiler Nehmen wir noch zwei mit Equip Zumindest einer mit Equip Der nicht, aber Wird schon passen Genau, Loks kicken Ja, das wird auch immer gern unterschätzt So ein Afli, der muss zwar aufbauen Aber wenn die dann ihre Splitter haben Dann tut das ordentlich weh So Wollen wir den dann schön in die Gruppe rein spammen können Falsches Siegel Ich bin mit dem Tarte hin Schild an Das ist schon mal der Erste So Schlammier, da ist er Ist er schon leuchtet Okay, dann nehmen wir uns den Hexer davor Vier mal raus Wall ist ab Ich hab aber gar kein Schild Hierzu 50k, Alter Entweder keine Kill oder ich hab's Oh ja Entweder hat keine Kill Der hat keine Kill Das kann doch nicht sein Ich kann doch an so jemand die 50k machen Ramping Multikill Boah ey Geh mit auf die Eier Geh mit auf die Eier Da gibt's doch ey Echt doch Nicht durch mich allein Aber durch die Mitspieler Ah, dieser schöne Effekt Schau dich doch mal das an Das ist so schön Das fällt alles weg Äh So Es fällt sogar Der Schild fällt weg So schade Ja Es bleibt keiner da Doch der Rogue da hinten Ne Der bleibt auch nicht da Ne Der bleibt auch nicht da Und mal irgendwo In der Deffen Kann man auch nicht Ist hier auch niemand da Ist der Rogue Komm mal Auf nochmal So das werden So das werden Oh alleine Jetzt gehst du halt auf die 12 Ne Jetzt müssen wir ordentlichen Damage Boost haben Aber doch nicht 23 Achso ich hab ja die Wings noch gar nicht ab Kann ich wieder weg gehen Ist der Quatsch Kann ich wieder weg gehen Ist der Quatsch Ja das ist gerade ein bisschen langweilig Oh, da ist ja ein Gegner Ah Äh Das ist dann geskilled Ich setze erstmal in die 12 Für den Äh Da ist was Gut, das ist ein bisschen mehr Na komm Das hat den Seelenernte auf mich gemacht Sag mal Warum macht der den Seelenernte auf mich Ich will hier Leute, wo ist denn hier was Das hier ist, kann man ja nicht mal gescheit deffen Da ist ja nicht mal der Kraschi Nehmt man an Jetzt hab ich gehofft ich krieg hier ein schönes Match Tja, da muss ich mir jetzt halt Also das klingt jetzt arrogant Aber es ist ja nicht so gemeint Ist ja irgendeine Herausforderung Ne, oder? Da muss man sich eine Herausforderung suchen Jetzt hat das Gibt's doch nicht Weil keiner gedefft hatte Hier ist niemand Hier sind zwei Leute Drei Okay Jetzt werden's ein bisschen mehr Kann man sich da noch was holen Niedern Niedern Den Halmer mal ein bisschen Nachbaffen Oh Ich hab jetzt echt gedacht Das liegt mal hier schön Das liegt mal hier schön Irgendwo irgendwo ink Wo man die ganze Zeit beschäftigt ist Und wo es wirklich um jeden einzelnen Punkt geht Aber im Moment ist das nicht so der Fall Jetzt ist hier was von ink Hier Ja Chummy Ja, dann ziehen wir dich jetzt weg Unstoppable Jetzt ist der Feral Du brauchst gar nicht anfangen rumzuspinnen Weit kommst du eh nicht Weit kommst du eh nicht Weit kommt er eh nicht Du brauchst gar nicht weglaufen Ach der ist schon von Rope Ja schön, es ist hier wieder nix Da ist ja Wings extra gezogen Für Nixen wieder nix Ich hab überhaupt was geheilt Das ist ja keiner da Das ist ja keiner da Das ist ja keiner da Jetzt sind wir hier zu dritt Achso, der wollte durch Jetzt hätte er auch sagen können Soll das werden? Oh, muss man nicht mal ganz haben Oh, muss man nicht mal ganz haben Was ist das denn? Shadow ist das Kann man dann auch umbringen Du wirst in der Dispersion sterben Du sterbst in der Dispersion Okay, du sterbst nicht in der Dispersion Das ist ja keiner Das ist der Heiler Das ist der Heiler Das ist der Heiler Jetzt nicht mal Das ist jetzt echt der Nüchtern Keine Gegner in dem Sinne Das ist echt nix Das ist echt nix Stopp ist da halt Ja, einen brauche ich nicht warten Brauche ich nicht gucken Ja, kann ich mal rüber WW gehen Da ist jetzt eher was los Ja WW ist ink Gehen wir mal rüber Ne? Gehen wir mal rüber Helfen denen Ich will nicht abfangen Ich will doch nicht Ich will durch Oh Jetzt hat er falsch los hier bekommen I am hard alone here Na? Wieso krieg ich denn jetzt Das war jetzt Jetzt wollte ich eigentlich anders agieren Aber gut, okay Ja gut Das war dann halt jetzt eine kurze Runde, oder? Ach nee, das kann ich nicht machen, oder? Nee, das kann ich nicht bringen Wisst ihr was? Mir hängt jetzt einfach noch eins dran Hopp Doppelfolge heute Das kann ich so nicht stehen lassen Das war ja nix 5,6k Aber wie gesagt Der Hammer kann schon hinkommen Und gritts aber cool Aber, nee Er hatte kein Equip derjenige Was er so Das kann eigentlich nicht hinkommen Ja Dann gehts doch Oh nein Ich hasse dieses BG Kotzbogu Oh nö Ja gut Was soll's Ist halt so, oder? Doppelfolge Doppelfolge Wegen scheiß BG vorher Es kann nur besser werden Nein Ich bin so enttäuschend Boah, 4 Reds beim Gegner Ohohohoho Ah, die wollen's ja richtig wissen Brunnen gibt's kein Gut Dann geh nicht erstmal Boah, und noch gestreckt Boah, jetzt bin ich fit für den Tag Ich könnt Bäume ausreißen Okay, Ester abbrechen Ach, okay Gras halber abzupfen Genau, eigentlich sollte man das nicht sagen müssen Aber Kugelträger Fokus Mitte einnehmen Und wer IQ hat Selbst Kugel aufnehmen Statt dran vorbei zu rennen Recht hat er So, können wir mal gucken Haben wir die Buffs endlich Jo, Buffs haben wir Und dann mal einfach mal auf Ach, besauf ich mich grad Moment So, da bin ich wieder Kotkas Army Beziehungs, irgendwelche lustigen Namen Lordaeron Nightwari Raxor Mactoli Oldtroll Boho Disco Drake Das ist doch mal irgendwie lustig Das war's aber auch schon Dann geh nicht nochmal So, wir gehen jetzt nach Können wir den links holen Ist das Kügel schon? Ja, das Kügel schon Vier Ritz Wart Okay, der Wario holt zu sich Auch gut Ne, er muss die Ja, bringt mir unbedingt was Er muss das Ding ja bekommen Komm, dann gibt's ja gleich hier die Standarte Ja, Stun können wir auch Ja, Stun können wir auch Ist ja eigentlich irgendwas Oh ja, da ist ein Pally Oh ja, Wings kann ich auch Hab ich, hab ich mal gelernt Erster Streich Inline Aber der Silence bringt dir nix Der Silence bringt dir nix Aber der Stun bringt mir was Und dir wahrscheinlich den Tod Stun Mage Nochmal ein Inline Mach mal die Wall Ja, purge mich nur, du Wichser Entschuldigung, ich hasse sowas Das geht ja in der Art zum Glück nicht mehr Und jetzt brauchen wir selber den Schild Wollen wir uns mal Mal was können Ah, hier können wir uns die Sticks aufbauen Für irgendwas Ah, jetzt haut's ab Muss auch rumhauen Wo soll der rausgehen Alle hier bashen Uh, jetzt gibt's uns das Gesicht Tja, jetzt halt ihr eulige Damage an Oh Fekaltuide hier Stinkerhau ab Und? Heheheheh Geholt Das ist, hier ist schon mehr los Hier ist schon mehr los Mal ganz klar so Stun und Gib ihm Ich muss aufpassen, wenn jemand mal von der Seite kommt Dann hab ich ein Problem Wie mehr Damage krieg ich jetzt? Hört den erlittenen Schaden um L-A-Sport-Z Ach Wario, das stimmt's doch eh gleich Ich doch Jetzt müssen wir eigentlich den Match da oben runter kloppen Okay, meh Geil, geil, geil Geil, geil Als ich da reinges... Klingt Hier ins Gesicht bekommt Mö Mach ich nicht mit Da mach ich nicht mit Joah, ab Schön hat vorbeigelaufen Boah, das gibt's uns Gesicht beim nächsten Mal 300% mehr Schaden Und das ist noch nicht das Ende der Veranstaltung, das geht noch weiter Ja Tschüss Oh, Bubble Du Arsch Du blöder Hund Blöder Drecksack Ich bin One-Shot jetzt Du One-Shot aber auch, wenn ich will Hm? Ah, fuu! Tja, Charge ist nicht Und wümp's Ey! Drummond kann ich auch Oh ja, ich bin so... Ich kann die Leute jetzt wieder von der... Oh geil, ich kann sie wieder von hier unten erschlagen Ja, nee, das mach ich aber nicht Das ist zu miskant Tja, ich bin so groß, ich könnte die Eiskalt erschlagen... Von da unten angreifen Ey! Mir doch was geholt Hier, daneben nicht Oh fuck Da kommt irgendwas Scheiße Okay, gut, da kann man nix machen Was hat denn der mir überhaupt reingedrückt? Und es ist KTV Was ist mit mir geschehen? Das war eigentlich nicht so viel Red Car Red Car, das ging eigentlich Ich hab jetzt gedacht, das tut mir weh Ah gut, okay Glaub ich das für die gesammelt 272 Schön So, jetzt können wir auch wieder Schaden machen Haben wir ne Krug? Da ist ne Krugel Jo, die holen wir uns nochmal gleich wieder So Pinline Stimmst eh Oh scheiß Feral, nefft nicht Oh leckt mich doch am Arsch hier Oh Macht's natürlich richtig, aber Nefft halt Ah zack Okay, du willst doch die Fresse, kannst du haben Mir egal, mach was du willst Hutsch mir die Krugel Ah jetzt auf einmal kommt doch wieder Pisse Hau ab So Ja natürlich, er kommt hinterher Du Stück Scheiße, hallo Sorry Leute, das ist der wieder zum Kotzen Wieso kommt der hinterher? Ich bin weg und fertig So Bist du bescheuert Du bist nur bescheuert, jetzt kriegt der jetzt das Gesicht Hier auch Oh süßen Blader Guck her, den hol ich mir Schade Äh klar wegen dem Ding das war der Sprint natürlich Vom äh Wer heißt da Vom Vom Jetzt komme ich nicht drauf Vom 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 Farrah Das ist natürlich ein Sprinte, klar Schade, jetzt kannst du wieder nicht von unten anfallen Ne, geht nicht Dö, bleibst hier. Rammis. Hau mal die Schalt weg. Ja, egal. Wie sie auseinandergepflückt werden. Ja, war schon lustiger. Ah, nächstes Mal hier 432 Siegespunkte. Nice. So gehört sich das. Gut, damage gucke ich jetzt nicht, das hat sich eh erledigt. Das ist ja Kotz-Mogu, da kann man selten nachgucken. Ja, gut, dann war heute mal ne Doppelfolge, weil die erste, das war einfach nix, das kann ich nicht machen. Einzel hoch, da mach ich jetzt zwei draus, sind jetzt halt über 20 Minuten, passt schon. Ähm, ich hoffe es hat gefallen, ich sag mir immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn was dann so, dann ab damit in die Kommentare, Twitter oder Facebook und wir sehen uns im nächsten Video oder Stream. In diesem Sinne, tschüss. 1. 1.